Wer sucht, der findet. Das ist einer der Sinnsprüche, die man so mitbekommt als Kind. Ich muss sagen, das stimmt oft, aber eben nicht immer. Und es stimmt überhaupt nicht, wenn es um die Lebensaufgabe geht. Wer seine Lebensaufgabe sucht, der findet sie selten. Warum das so ist, das will ich dir jetzt verraten. Wenn wir etwas suchen, beauftragen wir unseren Verstand damit. Unser Verstand ist derjenige, der sich auf die Suche macht, der blickt sich um. Er reimt sich Dinge zusammen, er analysiert, er wägt ab und dann kommt er auf eine Lösung. Bei der Lebensaufgabe handelt es sich aber um ein Thema, das gar nichts mit unserem Verstand zu tun hat. Denn die Lebensaufgabe, die ist uns schon bei Geburt gegeben. Und da sie uns bei Geburt schon gegeben ist, können wir davon ausgehen, dass sie vor dem Verstand da war. Denn der Verstand, der wurde erst später gefüttert. Und nicht mal von dir selbst. Wer füttert denn dein Verstand? Die Eltern? Die Lehrer? Die Freunde? Die Umgebung? Die Kultur? Auch das Jahrhundert, in dem du geboren bist? Und irgendwann, da kannst du deinen Verstand dann mal selbst füttern, aber dann ist er ja schon vorgeprägt. Du bist also gar nicht so befreit. Bei deiner Geburt ist etwas aber randvoll. Nämlich dein Unterbewusstsein, dein Wesen, dein Gefühlsleben, das seelische. Das ist randvoll. Und deshalb hat jedes Baby auch schon ein Wesen. Das sind keine leeren Beutel, die erst gefüllt werden müssen. Babys haben schon eine Persönlichkeit. Und in dieser Persönlichkeit steckt die Lebensaufgabe. Und deshalb können wir uns nicht auf die Suche machen mit dem Verstand, sondern wir müssen schauen, dass wir die Atmosphäre, das Unterbewusstsein, dass wir das hervorkehren, dass wir eine Möglichkeit haben, in diesem Rahmen auf unsere Lebensaufgabe zu stoßen. Mein chinesischer Lehrmeister sagte einst, wer sucht, der findet nichts. War für mich ein eindeutiger Auftrag, eben auch nicht mehr groß rumzusuchen, sondern mich einfach eher fallen zu lassen. Und fallen lassen ist oft die Lösung. Sich fallen lassen in einer Beziehung. Sich fallen lassen, wenn Probleme überhand nehmen. Sich nichts zu sehr an sich zu reißen und mit Verstand etwas Gewalt hervorzuzwingen. Das funktioniert nicht. Die Lebensaufgabe zu finden, hat ein wenig mit dem Verlieben zu tun. Denn wer seine Lebensaufgabe lebt, der hat sich wieder in sich selbst verliebt. Wenn Kinder spielen, völlig befreit von irgendwelchen Vorgaben, du musst zum Fünfter Heim sein, oder wenn man logisch den Kindern sogar was erklären möchte, ich muss dann immer lachen, wenn ich sehe, wie die Mama den Dreijährigen auf dem Kinderspielplatz erklärt, du darfst noch viermal wippen, weil wir müssen dann um 16 Uhr zu Hause sein, die Mama muss kochen, damit es um 17 Uhr Abendessen gibt. Da muss ich immer lachen. Weil, wie will man denn einem Kind, das von seinen Sinnen, von seinen Freuden und seinen Emotionen getrieben ist, mit solchen logischen Abfolgen erklären, warum es jetzt nur noch viermal wippen soll. Etwas Selbstverliebtheit tut gut, wenn es ums Thema Lebensaufgabe geht, denn Selbstverliebt sein heißt nicht Ego pflegen, es heißt einfach, ich tue Dinge, die mir gut tun, Dinge, die zeigen, ich liebe mich, ich habe mich gern. Und wer es sich gern hat, ja, der tut wohl eher Dinge, die ihm nicht schaden. Die Lebensaufgabe ist also etwas, das sehr stark mit unserem Gefühlsleben, mit unseren Empfindungen zu tun haben und dazu brauchen wir aber die richtige Atmosphäre, so wie das Kind auf dem Kinderspielplatz, so wie ein Kind, das befreit es von Vorgaben. Es geht einfach hinaus und spielt drauf los. Es hat nicht einen Plan, noch viermal wippen, danach gehe ich zum Sandkasten, da baue ich die Burg, die Burg muss zwei Türme haben und ich frage den Peter, ob er eine Brücke zwischen den zwei Türmen baut. So denkt kein Kind, sondern es geht hinaus und lebt die pure Lebensfreude. Und genau das ist das, was du tun musst, wenn du deine Lebensaufgabe finden musst oder willst. Du kreierst einen Rahmen, der es wahrscheinlicher macht, dass deine Lebensaufgabe zu dir kommt. Sie kommt nämlich zu dir. Du hast möglicherweise gar keine Vorstellung davon, was es sein könnte. Wie kreiert man nun diesen Rahmen, diesen Raum, dass die Lebensaufgabe zu einem kommt, dass sie einen besucht? Das ist gar nicht so schwer. Ja, oft steht davor sogar eine kleine Willensentscheidung. Tu mehr Dinge, die nicht zielorientiert sind. Tu mehr Dinge, die auf den ersten Blick sinnlos sind. Im Endeffekt wirst du merken, es ist gar nicht sinnlos. Es ergibt am Ende einen Sinn. Aber auf den ersten Blick wird dein Verstand meutern. Warum soll ich das tun? Was kriege ich dafür am Ende raus? Kriege ich dafür ein Zertifikat? Kriege ich da einen Stempel? Kann ich davon leben? Wie sieht die Budgetplanung davon aus? Hat die IHK das zertifiziert? All diese Fragen stellen wir uns vor dem Schritt zu einer Lebensaufgabe. Glauben wir wirklich, dass die IHK und alle anderen Organisationen und Stempelgeber diejenigen sind, die über unsere Lebensaufgaben warten? Nein. Das bist nur du. Du. Also, tust du Dinge, die nicht zielorientiert sind, löst du unheimlich viel in dir aus. Nämlich Dopamin, Oxytocin, Endorphine, Glückshormone. Du löst Hormone in dir, die viel Freude ausdrücken. Und mit dieser Freude bist du attraktiv. Auch für eine Lebensaufgabe. Dir werden Dinge bewusst und klar, die dir sonst nie klar geworden sind. Denk mal an frisch verliebte Pärchen. Frisch verliebte Pärchen haben tolle Ideen. Ja, und nach acht Wochen oder zwölf Wochen, das sind die alle weg, die tollen Ideen und man ist wieder in der alten Routine drin. Genau das wollen wir aber nicht bei der Lebensaufgabe. Wir wollen, dass du dauerhaft in diesem Zustand der Verliebtheit bist. Und das schaffst du, indem du dir Dinge erlaubst, die dein Verstand oft sanktionieren würde. Der würde sagen, nee, das machen wir nicht, weil da kommt am Ende nichts bei raus. Also, geh zu den Orten, die nicht immer einem Ziel dienen. Tu Dinge, die dir viel Freude bereiten und du kreierst diesen Rahmen, bei dem dich deine Lebensaufgabe besuchen wird. Sie wird dir in die Hände fallen und dann kommt die große Herausforderung. Denn dann kommt die Frage, das, was ich jetzt in Händen halte, will ich daraus etwas machen? Und dann ist dein Verstand gefragt, dann muss er mitspielen. In einer Welt, in der du alles sein kannst, sei du selbst. Wenn du mehr Geschichten lesen willst über die Lebensaufgabe, über die Berufung, dann hol dir mein neues Buch, ich lese deine Lebensaufgabe. Wenn dir das Video gefallen hat, ich freue mich auf dein Like, abonniere den YouTube-Kanal und ich sehe dich. Bis zum nächsten Mal. ... Untertitelung des ZDF, 2020